Yo Leute, wie versprochen Part 2. Ich fahre mit dem Mi Scooter Pro 2 bis zum Bergkreuz rauf. Die Straßen bis nach oben waren ein bisschen häuprig, aber bergab war es kein Problem. Nur bergauf musste ich ein bisschen mit dem Fuß antauchen. Auf dem Weg habe ich ein paar Tiere getroffen und ja, fast am Ziel. Nur nur noch wenige Meter. Einmal links, einmal rechts, dann noch hinunter und ich bin am Bergkreuz angelangt. Es war nicht einfach, aber für diese Aussicht hat er sich ausgezahlt. Ja, und zurück bergab geht es natürlich leichter.